SWR 2 zur Person Am Mikrofon ist Burkhard Eckdorf. Meine Gesprächspartnerin in dieser Sendung ist die Altistin und Mezzosopranistin Orthun Wenkel, die von der Kritik enthusiastisch als einer der schönsten Mezzosoprane der Welt gefeiert wurde. Mit ihrer Stimme, ihrer vom Wort geprägten Interpretationen, hat sie sich gleichermaßen als Konzert- und Opernsängerin einen Namen gemacht. Oper, Oratorium und Lied und ein Repertoire, das von Claudio Monteverdi bis Aribert Reimann reichte, ist in einer umfangreichen Diskografie dokumentiert. Orthun Wenkels Aufnahmen für die Schallplattenindustrie, beispielsweise Mozarts Requiem mit dem Consentus Musicus unter der Leitung von Nicolas Harnoncourt bei der TELDEC, die den Deutschen Schallplattenpreis erhielt, mal das Dritte mit dem Landenphilharmonic Orchestra unter der Leitung von Klaus Tennstedt bei IMI, Aufnahmen von Bernhard Heiting, Wolfgang Zawallisch, Marek Janowski, Mistlav Rostropowitsch und vielen anderen, die Uraufführung der für sie von Hans-Werner Henze bearbeiteten Wesendong-Lieder von Wagner in Köln und vor allem ihre Mitwirkung als Erder und Wahltraute im berühmten Jahrhundertring von Pierre Boulez und Patrice Cherot, der 1976 in Bayreuth erstmals zu bestaunen war, schrieben Orthun Wenkel gewissermaßen unauslöschlich in die Interpretationsgeschichte der Musik ein. Als Wagner- und Malerinterpretin wurde sie ebenso gefeiert wie in denkwürdigen Liederabenden mit Schumann, Brahms, Wolf und Strauß. Orthun Wenkel, in Jena aufgewachsen, hatte zunächst in Weimar an der Musikhochschule Franz Liszt und nach ihrer Übersiedlung in die Bundesrepublik in Frankfurt studiert und machte sich rasch als Oratoriensängerin im In- und Ausland einen Namen, Jahre bevor sie dann auch die Bühnenbretter betrat. Mit Glucks Orpheus begann es in Heidelberg. Dann wurde Wolfgang Zawallisch auf die junge, außergewöhnliche Sängerin aufmerksam und verpflichtete sie an die Bayerische Staatsoper und kurze Zeit später dann der Ruf nach Bayreuth. Orthun Wenkel, schön, dass Sie sich die Zeit für die Aufnahme dieser Ihnen gewidmeten SWR 2 zur Person nehmen. Wie häufig haben Sie Erda und Waltraute in Bayreuth gesungen? Ach, das kann ich nicht sagen. Das war sehr oft. Meine allererste Erda habe ich gesungen in München. Ich kam da hin und, ja, es hieß eine Offenbarung, die er da von Orthun Wenkel. Das war zum ersten Mal, dass ich das gesungen habe. Und ich muss Ihnen sagen, als ich erfahren habe, dass ich da den ganzen Ring singen soll, der dann neu von Günther Rennert inszeniert werden sollte, da kam natürlich das Rheingold zuerst. Und da habe ich zu Zawallisch gesagt während der ersten Probe, na ja, also viel ist es ja nicht, was ich da singen soll. Und da hatte ich gesagt, na ja, aber das ist eine ganz wichtige Szene. Alle müssen schweigen, alle müssen Ihnen zuhören, dürfen sich nicht bewegen. Und das ist also ganz, ganz fantastisch. Und er hat mich dann auch wunderbar geführt bei dem ersten Rheingold. Also ich stand ganz hinten und ich habe gesagt, na ja, da kommt sicher nichts nach vorn, wenn ich da zum ersten Mal singe. Aber es ist doch angekommen und zwar eben auch gut. Die Münchner Inszenierung, Günther Rennert, haben Sie die mehr im Kopf als die von Patrice Chereau? Nein, das kann ich nicht sagen. Ich bevorzuge da keine der Inszenierungen. Was? Also wenn ich über Siegfried reden würde, dann nehme ich das mal voraus. Da ist natürlich der Bayreutring von Chereau durch dieses Rollen der Erde auf der Bühne während des Singens vom Wotan. Und ich stehe dann kurz auf oder knie mich hin und fange an zu singen. Das kann man übrigens alles sehen im Internet oder auf DVD. Ja, das geht es. Das im gesamten Rengen, also das ist sehr eindrucksvoll und immer noch aktuell. Und es ist auch für mich etwas ganz Besonderes gewesen, dass also ich in diesem Falle überhaupt als Opernsängerin mich so bewegen durfte. Ja, im Konzert steht man ja ganz, ganz ruhig da. Und da kommen nur mal so ein paar Körperbewegungen ins Spiel. Pierre Boulez ist ja für seine schnellen oder forschen Tempi berühmt. Und Sie sind auch berühmt dafür, dass Sie eine ganz große Ruhe bringen. Wie hat sich das vertragen? Ja, das muss auch. Na, wir haben uns sehr, ich muss richtig, ich muss sagen, dieser Mann ist so fantastisch. Ich habe mit ihm öfter auch Konzerte gesungen und eben auch ein großes Erlebnis gehabt bei der Jakobshalle. Das werde ich noch erzählen. Aber es war eine wunderbare Zusammenarbeit. Ich hatte ihn schon einmal bei einem Konzert bei so einem, weiß nicht, einem Mäzen in Ulm, hatte ihn da eingeladen. Und da war der Gönnenwein und diese Bach-Solisten, ja, die uns da begleitet haben. Und wir haben die Ode auf St. Cecilias Geburtstag oder was? Händel. Ja, die Ode of St. Cecilias Day. Da hatte ich so wahnsinnige Koloraturen zu singen, ja, tief, ganz tief. Das ist ein richtiger Alt gewesen. Und dabei habe ich Boulez kennengelernt. Und dann hat er mir geschrieben, dass ich sie jetzt hier in Bayreuth wiedersehe. Das hätte ich nicht gedacht. Nach Ulm, ja. Und das ist ein Glück. Das ist mein Glück. Und ich finde das fantastisch. Also diese Aussage. Ja. Das ist mein Glück. Dieser Mann, der sonst eigentlich total unemotional war. Also wenn man das mit mir vergleicht, immer sehr besonnen und so weiter. Ja, also ich meine, ich gebe zu. Ich hätte das natürlich viel langsamer singen können, ja. Und auch vorhin? Also ich habe mich nicht dagegen gestreut, gegen das Tempo, weil er einfach, ja, hören wir es uns mal an. Und ich habe mich nicht dagegen gestreut, gegen das Tempo, weil er einfach, ja, hören wir es uns mal an. Und ich habe mich nicht dagegen gestreut, gegen das Tempo, weil er einfach, ja, hören wir es uns mal an. Und ich habe mich nicht dagegen gestreut, gegen das Tempo, weil er einfach, ja, hören wir es uns mal an. Und ich habe mich nicht dagegen gestreut, gegen das Tempo, weil er einfach, ja, hören wir es uns mal an. Und ich habe mich nicht dagegen gestreut, gegen das Tempo, weil er einfach, ja, hören wir es uns mal an. Und ich habe mich nicht dagegen gestreut, gegen das Tempo, weil er einfach, ja, hören wir es uns mal an. Und ich habe mich nicht dagegen gestreut, gegen das Tempo, weil er einfach, ja, hören wir es uns mal an. Und ich habe mich nicht gegen das Tempo, weil er einfach, ja, hören wir es uns mal an. Eine Live-Aufnahme, die als DVD veröffentlicht wurde, von den Bayreuther Festspielen 1980. Pierre Boulez war der Dirigent und die Hauptperson unserer heutigen Sendung, Ortrun Wenkel, hat hier die Erde gesungen. Sie haben ja, als Sie nach Bayreuth kamen, schon zehn, elf Jahre auf der Bühne gestanden, zunächst mal als Konzertsängerin. Ja, schon während des Studiums habe ich Konzertangebote bekommen. Wir waren ja aus der DDR gekommen und ich hatte überhaupt kein Geld, ja. Und als mein Professor das erfuhr, hat er gesagt, das geht nicht, dass du da in einem Büro arbeitest nebenbei. Du studierst hier, ja. Und die Zeit brauchst du einfach, um eben etwas für dich zu tun. Jetzt müssen wir aber mal zurückgehen. Wir kommen jetzt nach Thüringen. Sie sind also in Thüringen aufgewachsen, in einem kleinen Ort. Nein, ich bin aufgewachsen in Jena. Direkt in Jena. Aber geboren bin ich in einem kleinen Örtchen. In einem kleinen Örtchen. Bei Weimar. Ja. Wie haben Sie das erlebt? Ich glaube, Ihr Vater ist Naturwissenschaftler gewesen. Und Ihr Mann ist ja auch Naturwissenschaftler. Ja, das ist dann eben, hat sich so ergeben. Er ist ja ein ganz bekannter Geologe Peter Rote, Professor in Mannheim und auch sehr bekannt durch zahlreiche Veröffentlichungen, auch allgemeinwissenschaftliche Veröffentlichungen, sehr populär gemacht. Ja, viele Bücher. Das heißt, man sieht auch daran, es gibt eine enge Verbindung zwischen Musik und Naturwissenschaft. Ja, mein Mann. Ihr Vater, das war ja auch ein musikalisches Haus. Ja, der war sehr musikalisch. Also wir haben, meine Großmutter spielte ja sehr gut Klavier, das war allerdings die Mutter meiner Mutter. Und hatte sie dann plötzlich Duette von Mendelssohn, legte sie hin und mein Vater sang das vom Blatt, ich auch. Aber ich war so erstaunt, dass er das uns schön sang. Ja, früher hat die ganze Familie auch immer, der hatte drei Schwestern und die haben alle immer zusammengesungen. Wie sind Sie dann überhaupt zum Gesang gekommen? Es sind eigentlich die Lieder, die ganzen Lieder von Brahms, von Wolf, sehr viel von Brahms, weil der ja für die Altistinnen besonders geschrieben hat und Schubert Schumann, Schumann auch sehr. Aber es ist so, dass ich eigentlich eher die Texte geliebt habe, weil ich damals sehr viel mich mit Lyrik befasst habe und da war das so wie, das war so selbstverständlich, auch wenn wir mal ein Hauskonzert hatten, dass ich dann eben selbst die Texte aussuchen, die Lieder aussuchen konnte und nicht etwa nach den Melodien oder nach der Schwierigkeit von Höhe und Tiefe, von dem Umfang. Das spielte nie eine Rolle. Aber die Texte. Man nimmt Sie ja als Opernsängerin wahr, als bedeutende Liedinterpretin. Sie haben auch fantastische Kritiken bekommen und haben sehr bedeutende Klavierpartner auch gehabt. Geoffrey Parsons, Rudolf Janssen zum Beispiel, mit dem Sie sehr viel gearbeitet haben. Er hat mich auch nach Holland mitgenommen und wir haben da Liedaufnahmen gemacht, sehr viele. Das Interessante daran war, dass wir nie in das Studio gerufen wurden, wir müssen noch mal den Eintakt sowieso, müssen wir noch mal wiederholen. Nie. Er war so perfekt, so sicher und sehr schön gespielt und bei mir war auch nichts, dass die sagen mussten, den Ton wiederholen wir, das hasse ich auch. Was man jetzt nicht so denkt, dass Sie auch ganz, ganz viel Barockmusik gesungen haben, auch sehr viel Bach gesungen haben, vor der historischen Aufführungspraxis, aber dann auch mit Hanoncourt. Wir kommen da später natürlich dann auch noch mal drauf zurück. Sie haben in Zürich mit Hanoncourt diese berühmten Monteverdi gesungen. Also vor allen Dingen die Ulysse, wo ich die Penelope also in allen Aufführungen gesungen habe. Bei jedem Festival waren wir da eingeladen und das war eine Sensation. Ich habe leider keine Aufnahme davon. Ich habe früher nie darauf geachtet. Jetzt haben wir aber eine Aufnahme der Matthäuspassion, die hier in der Region, wo Sie auch wohnen, mit dabei die Jugendkanterei der Pfalz, das Kammerorchester Heidelberg unter der Leitung von Heinz-Marcus Götzsche, der ja hier auch einen großen Namen in dieser großen, inzwischen heißt es Metropolregion Rhein-Neckar hat. Die sogenannte Wagner-Sängerin, Orton Wenkel, singt Bach. Also ich habe mir gesagt, die Stimme muss alles, jede Stilrichtung verwirklichen können. Und ich finde gerade die Kontraste so wichtig, auch für die Entwicklung einer Stimme, dass man also eben den instrumentalen Bach, den man mir auch immer beglaubigt hat und dann eben auch die anderen, ich habe ja auch Händel gesungen und Caldara und Carissimi und die dann schon durch das Italienische ein bisschen vielleicht mit mehr Legato gesungen werden. Übrigens der Konzertmeister dieses Heidelberger Kammerorchesters, wie sich das da nennt, der später dann eben wunderbare Stationen auch erlebt hat, also war auch Konzertmeister lange Jahre bei den Philharmonikern. In Berlin. In Berlin, ja. Reiner Kosmo. Reiner Kosmo, ja. Reiner Kosmo, ja. Reiner situação. Reiner Kosmo, ja. Reiner Kosmo, ja. Reiner Kosmo, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dem Heidelberger Kammerorchester Und Heinz-Marcus Götzsche hat die Leitung gehabt Und das war dann auch eine Langspielplatte, die dann herauskam Und Sie haben ja mehrere Bach-CDs gemacht, auch mit Tübingen, glaube ich auch, da haben Sie ja auch weltliche Kantaten zum Beispiel Ja, von den weltlichen Kantaten muss ich da noch was erzählen, die mir ja wirklich die Oper an den Hals geschickt hat Das war dann aber in den 60er Jahren Heidelberg Heidelberg ist 1969 Heidelberg ist 1969 gewesen Und wenn ich das war, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nach 40 Jahren, wenn ich nachdenke, dass der mich da gefragt hat nach der ersten Oper, ja Und diese erste Oper war? Das war der Orpheus ausgerechnet Von Glück Ja, der große Sänger, ja Jetzt kommen wir auf Ihr Talent, das möglicherweise ja in der DDR angelegt wurde, weil Sie Russisch unterricht hatten Ja, als Pflichtfach Russisch Ja Aber für mich war das nicht nur ein Pflichtfach, ich habe das sehr, sehr gern Und Sie können verschiedene slawische Sprachen Ja, ich habe auch Polnisch gesungen, aber da muss ich dann was Extras erzählen, vielleicht kommen wir dazu Ja, wir kommen ja mit Chopin So ein ganz kleines Lied zu spielen Ja, aber diesmal jetzt erstmal eine Kostprobe auf Russisch Dimitri Shostakovich Diese späten sechs Vertonungen für Stimme und Orchester Marina Zvetajeva Shostakovich hat die eben erst ein Jahr vor seinem Tod, hat er sie eben auch orchestriert Die gab es als Klavierlieder Den Tipp hat Ihnen Aribert Reimann gegeben Aribert Reimann, ja Auf dem Flughafen Ja, wir kamen beide, also was heißt beide, wirklich jeder kam an mit seinem Koffer an der Stelle, wo die dann ausgeliefert wurden am Flughafen Und er kommt auf mich zu und sagt, ach Frau Wenkel, ich habe jetzt gerade von der neuen Orchestrierung der Shostakovich-Lieder nach den Gedichten von Marina Zvetajeva gehört Und das wäre für sie fantastisch, das ist wie für sie geschrieben Das war es für sie fantastisch, das ist wie für sie Titan Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, 40,000 Bratschen Любить не могут Кам нет Но не она Где ил Ил И последний Винчик Ил На приречных Приовнах Но я не Любил Как 40,000 Винчик Всю Чем Один Любовник На дне Она Где ил Её Любил Её Где ил Её so Dimitri Shostakovich, Hamletz, Dialog mit seinem Gewissen und es sang Ortrund Wenkel. Wir befinden uns ja jetzt mit dieser Aufnahme schon in späterer Zeit. Mit Bernhard Reiting und das Konzertgebauorchester, das muss dann in den 80ern sein? Das war in den 80ern, ich glaube Anfang der 80er. Jetzt muss man fragen, Altistin und Mezzosupranistin? Beides, ja. Und Sie kommen ja auch noch tiefer. Ja, das brauche ich alles gar nicht. Ich meine, ich habe natürlich die Intigea auch gesungen. Aus Daphne? Ja, aus Daphne. Die Mutter von Daphne? Ja, da konnte ich auch da noch tiefer, ja. Und habe ich auch in München gesungen. In München, Lucia Popp war die... Und die Aufnahme im Teiting. Bernhard Reiting, mit dem haben Sie ja häufiger zusammengearbeitet. Wie war das? Reiting hat mal zu mir gesagt, das war ziemlich am Anfang, da habe ich Prokofjev mit ihm gesungen, in einer Fernsehsendung, singen Sie nur, ich begleite Sie. Und das war für mich wunderbar. Also da hat der Mann gleich so bei mir gepunktet. Der konnte ja auch Sie hören. Ja, der hat zugehört. Seine eigene. Und fand das auch, ich meine, er verstand ja nicht die Sprache, er verstand ja kein Russisch. Aber das war so fantastisch, immer mit ihm. Ich habe auch Zauberflöte aufgenommen, die dritte Dame war es, glaube ich, ja. Und Shostakovich auch da als im Konzert gesungen, da habe ich auch eine Live-Aufnahme. Und also immer war das auch ein großes Einfinden. Und die dritte Maler mehrmals, ja. Und die habe ich mit ihm in München zum ersten Mal gesungen und gleich auswendig. Also wenn ich mit solchen Menschen zusammenarbeite zum ersten Mal und ich habe das volle Vertrauen, dann kann ich alles. Friederik Schopper, um sozusagen die Brücke zu den Sprachen zu bekommen. Sie haben ja gesagt, Polnisch ist am schwierigsten. Ganz schwer. Was ist das Schwierige dann? Ja, weil man kann es nicht so lesen, wie es geschrieben ist. Das ist völlig, also da musste ich mir wirklich was drüber schreiben. Und ich vor allen Dingen, das war die kurze Zeit, ich musste in Poleto bei den Festspielen Dei Dua Mondi, also Zweier Welten, einspringen. Also mir haben polnische Leute gesagt, das ist wirklich ganz toll, dass eine Deutsche das so kann. Ich bin im Nachhinein, bin ich eigentlich dankbar, dass ich da reingesprungen bin. Ich musste mich sehr, sehr bemühen. Jeden Tag habe ich daran gearbeitet, ja, in meinem Hotelzimmer. Ich bin im Nachhinein, bin ich sehr, 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 sehr. Ich bin im Nachhinein, bin ich sehr, 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 sehr. Schnell, 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 schnell. Schnell, schnell, schnell. Schnell, 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 schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Ortrun Wenkel sang polnisch aus den 17 polnischen Liedern von Friedrich Chopin auf Texte des großen polnischen Dichters Adam Mekiewicz. Und wir hörten die Nummer 6 mir aus den Augen. Und wir bleiben noch ein bisschen im slawischen Bereich. Sie haben am Bolschoi-Theater oder Marinski-Theater auch gesungen? Das waren dann Gastspiele. Das eine war die Stuttgarter Oper. Ich habe auch mal zum Beispiel die Glakolithische Messe von Janacek gesungen. Und zwar, das war mit Kubelik. Raphael Kubelik, der Große. Also ich liebe diese Sprachen einfach. Und weiß es immer noch, das ist schon lange her. Ja. Jetzt haben Sie aus Eugen und Jägin die Olga. Ja, das ist die Schwester der Tatjana. Die Schwester der Tatjana. Ja, Tatjana. Und zwar in einer bemerkenswerten Besetzung. Das Orchester der Pariser Oper wird von Slav Rostropovic geleitet. Und seine Frau hat ja da auch mitgesungen. Galina Vyshneska, ja. Die schöne Frau. Hat die Tatjana gesungen da, ja. Wie war es mit Rostropovic zu arbeiten? Wunderbar. Der ist so ein so emotionaler, lieber Mensch. Er hat einmal zu mir gesagt, ideale Olga. Olga, sagen die ja. Auch wie er dirigiert hat. Also wenn man das sieht, ich habe ja ein Video davon, ja. Von dem ganzen Stück. Und zwar war das wie so eine, ich habe in Paris immer sehr viele. Und Sie haben getanzt dabei. Wir haben ja den Ausschnitt gesehen. Eine kleine Tanzeinlage. Ja, aber die bedeutsam war. Die sehr bedeutsam. Weil ich hatte gedacht, naja, die kleine Olga, der Menotti hat die Regie gemacht. Giancarlo. Ja, der Chef von den Spoleto-Festivalen. Genau. Der auch großer Komponist in Amerika. Ein US-Italiener oder italienischer US-amerikanischer Komponist. Er hat die Regie gemacht. Er hat die Inszenierung gemacht. Und da habe ich gedacht, ach, die haben doch dann gar nicht viel Zeit, mit der kleinen Olga sich zu machen. Ich möchte gern vorher einen kleinen Tanz in mir haben, dass ich das dann einfach so abliefere. Und ich habe eigentlich Marcel Pravi gefragt, weil der so Bescheid weiß überall in der ganzen Welt. Er war Kapellmeister und Musikmoderator und Musikschriftsteller. Ein großer Erklärer, charmanter Erklärer von Musik. Und hatte immer sehr viele Prominente. Und Sie waren auch in seiner Sendung. Ja, ich war so auserwähnt irgendwie. Ich war oft bei seinem Film dabei. Keine Angst vor Richard Wagner, heißt der eine Film. Und Gute Laune mit Musik. Ich hatte ja die Olga da zum ersten Mal gesungen. Und dann habe ich gleich das in Houston singen müssen und in Monte Carlo. Und so ist es eben auch heute mit dem Betrieb. Es ist leider so, dass man eben sehr leicht auf etwas festgelegt wird. Wie es auch mit der Erde eigentlich so schien. Ja, aber das ist ja natürlich ein großer Gegensatz. Jetzt ist eben die Olga ja ganz leicht, fast leicht sinnig. Und die Erde ist natürlich genau das Gegenteil. Aber all das muss man auf seinem Atem haben, finde ich. Und das muss man auf dem Betrieb. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt kommen wir zu Ihnen als Liedsängerin. Wir steigen da mal so ein bisschen mit Orchester begleiteten Liedern ein. Wir gehen sozusagen auf Anfang des vergangenen Jahrhunderts. Wir haben zunächst mal Franz Schreker. Wie sind Sie denn zu Franz Schreker gekommen? Nur durch Herrn Gülke, Peter Gülke, der große Musikwissenschaftler und Dirigent, der hatte ein Symposion in Berlin. Und Karl-Anton Rickenbacher ist der Dirigent des Radiosymphonieorchesters Berlin gewesen. Und Sie haben dann diese fünf Gesänge von Franz Schreker gesungen. Und wir hören ein Lied daraus, die Nummer fünf, eins gibt ein Tag. Es ist natürlich ein sehr trauriger Text von der Edith Ronsperger, die die Gedichte alle geschrieben hat. Außer dem ersten, das ist, glaube ich, aus Tausend und einen Nacht. Jedenfalls ist diese Aufnahme dann auch veröffentlicht worden als CD. Sie haben übrigens überhaupt natürlich eine sehr große Diskographie. Ist das für Sie eine schöne Erfindung, dass man Musik bannen kann auf Tonträger? Ja, unbedingt. Also ich muss zugeben, dass ich manchmal sogar am Abend noch so ein Lied auflege von Wolf oder von Brahms. Also ich meine, ich bin immer erst, also ich kann eigentlich sagen, prima le parole, dopola musica, das ist unmöglich. Also vom Wort ausgehend. Ja, immer, das ist so geblieben und sogar, dass ich das eben konterkariert habe, diese Aussage da in dem Capriccio, was ich übrigens auch in Paris gesungen habe. Sie haben Capriccio gesungen? Ja, aber konzertant. Überhaupt Strauß haben Sie auch viel gesungen. Ja, die Daphne. Vom Octavian bis zur Daphne, sage ich mal. Ja, und die Salome. Haben Sie die Glütemnestra auch gesungen? Ja, ja, in den letzten Jahren. Zuerst beim Festival in Budapest. Also Elektra. Ja, Elektra. Ich habe die Tiefen. Bei der Glütemnestra muss ich sagen, wenn man die wirklichen Tiefen, die sind extrem, wenn man die nicht hat, dann, ja. Einst gibt ein Tag, mir alles Glück zu eigen, was ich erträumt, ersehnt in schweren Zeiten. Das sind versunken alle Dunkelheiten und alle Stimmen tiefsten Leidesschweigen. Aus muren, schlanken Blumengläser weigen sich langgestillte Blüten. Aus muren, schlanken Blumengläser weinen. Leise gleiten wie schwere Hüften. Du leises Raumes weiten. Die Seilenrauch aus Opfer steigen. 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 Und dem Radiosymphonieorchester Berlin unter der Leitung von Karl Anton Rickenbacher. Und die hat das so sensibel begleitet. Also das war wirklich ganz außergewöhnlich. Von Franz Schräger zu Alexander von Zemlinski ist es nicht weit. Nein. Das ist ungefähr dieselbe Generation, kann man sagen. Also Zemlinski, der spätere Schwager von Arnold Schönberg, früher sein Lehrer gewesen, der im amerikanischen Exil verstorben ist. Und seine Tochter haben Sie in Buenos Aires kennengelernt. Ja, ich hatte Konzerte in Buenos Aires in dem Theater Colón. Also ich meine, es waren die Kindertotenlieder und noch etwas. Und ich hatte erfahren von der Wiener Universal Edition. Da kannte ich einen Menschen, der mir immer sehr geholfen hat, wenn ich was wissen wollte. Und der hat gesagt, da wohnt die Tochter oder eine Tochter. Und die habe ich dann an so einem freien Tag aufgesucht und habe ihr das vorgesungen. Und sie hat Klavier gespielt dazu. Und da hat sie gesagt, ja, so hätte das mein Vater gewollt. Und es war vor der Schallplatte. Wir haben ja eine richtige Schallplatte gemacht. Und zwar haben Sie zusammen mit dem damaligen SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden unter der Leitung von Watzlaff Neumann, dem großen tschechischen Dirigenten, diese Aufnahme gemacht. Und zwar, ich kann Ihnen sagen wann, am 28. Juni 1984 im Hans-Rosbaut-Studio in Baden-Baden. Ach toll, das haben Sie recherchiert. Ja, und wir haben ein ganz kurzes Lied ausgesucht, den afrikanischen Tanz, der sehr modern daherkommt. Ja, finde ich auch. Und kurz. Und zeigt auch einfach eine noch etwas andere Seite von Ihnen. Ja, das stimmt. Grollet die Tochter, Grollet die Tochter, Grollet die Tochter, Grollet, 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 Grollet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich kann mich erinnern, wie ich das studiert habe. Da wohnten wir in Sandhausen, kann ich das erzählen? Ja, Sandhausen war Heidelberg. Ja, das war unsere erste Station nach der Heirat. Und da habe ich meistens im Wald gelernt. Da habe ich einfach nur die Intervalle gelesen, alles gelesen. Und auch gesungen. Gesungen, geübt sozusagen. Und eines Tages kam da eine große Gruppe Rentner. Ja, mehrmals bin ich denen begegnet und immer irgendwie lernend. Ja, ich kann gut draußen, wenn ich laufe. Das ist so toll, da ist der Kreislauf angeregt. Jedenfalls hat der eine dann gesagt, ja, wo habe sie denn, da war ich dann ohne Noten, wo habe sie denn Heizbuch? Und da habe ich gesagt, jetzt kann ich es auswendig. Und das war so nett. Ja, dann haben Sie diese Aufnahme gemacht und Sie wussten gar nicht, dass das Band schon läuft. Doch, dass es läuft, ja. Aber es ist ja immer vorher erst eine Probe. Also Pierre Boulez mit dem BBC Symphony Orchestra. Ja, ja, ja. Ich kam aus Zürich, hatte da am Abend vorher, das war sehr spät geworden, die Penelope zu singen. Und bin dann dahin geflogen und habe dann noch den Priester gebeten. Wir haben in einer Kirche aufgenommen und habe denen noch gebeten, ob ich mich da noch einen Moment hinlegen könne und so weiter. Es ging auch alles und dann fing es an und wir haben es durchgemacht. Das Orchester hat geklopft und Boulez sagte, Sie können wieder zurück nach Zürich. Meine Sekretärin sucht Ihnen einen Flug. Das war nach einem Mal, es ist ja nun nicht einfach. Aber wenn man es so mit den Intervallen gekonnt hat, gelesen hat, ja. Herr, mein ganzes Leben lang habe ich auf diesen Augenblick gewartet und gehofft, dass die letzte große Anstrengung, die nötig ist, es zu verlassen, mir Aufklärung bringen wird. Und jetzt sehe ich nicht viel mehr, als dass mir dieser Augenblick nicht unbekannt ist, dass ich ihn schon öfters durchgemacht haben muss, oder doch mehr, dass es mich schon durch Jahrtausende so breit, dass ich durch alle Welten gehetzt bin, dass ich tausend Leben überstanden habe, eines Ärger als das frühere Tausend Tode erlitten, eine Befreiender als den vorigen. Tausend Leben, wer von ihnen weiß, und sie übeln nicht, dem sind sie nicht fürchterliches mehr. Möchterlich ist ein Leben, ein Leid, ein Schmerz, so groß, dass man nur hört. Ein Ausschnitt aus die Jakobsleiter von Arnold Schönberg mit Orton Wenkel, dem BBC Symphony Orchestra unter der Leitung von Pierre Boulez. Und jetzt kommen wir zu dem großen Gebiet, dass sie neben den vielen Auftritten an den großen Opernhäusern, auf den großen Bühnen von Paris bis Mailanders Gala haben in Berlin gesungen, in Hamburg, in München natürlich. Zawallisch hat sie damals geholt. Und sie haben in den USA... Zawallisch wollte mich sofort ins Ensemble. Aber sie wollten das damals nicht, weil sie als Konzertsängerin auch so viel zu tun hatten. Da hatte ich schon so viele Angebote, ja. Aber ich habe es dann doch gemacht, eine Zeit lang. Und dann dieser Aspekt der Klavierlieder. Also Liederabende haben Sie sehr viele gegeben. Wann ist bei Ihnen das Klavierlied, ja, wann da haben Sie angefangen? Mit meiner Großmutter schon. Die spielte sehr gut Klavier, hatte alle Noten. Und die hat dann abends zu mir gesagt, ach, wir singen einfach noch ein bisschen. Und ich habe mich daneben gesetzt und habe die auch ganz schnell gelernt. Ja, habe die vom Blatt gesungen. Ich habe gerade mal eben einen Schummelzettel herausgeholt. Da stehen nämlich die ganzen Pianisten, mit denen Sie zusammengearbeitet haben. Joffrey Parsons, Rudolf Janssen hatten wir schon erwähnt. Erik Werber zum Beispiel, Wilhelm von Grunelius, Kurt Gaben, Felix Jani Renz. Ja, und das sind zum Teil Ereignisse gewesen, wie zum Beispiel dieser berühmte Liederabend in der Dresdner Semperoper 1986. Als Ex-DDR-Bürgerin hat man sie aber einfach unbehelligt. Das hat man bei mir immer, wir haben ja auch den Ring aufgenommen dort in Dresden, mit der Dresdner Staatskapelle. Mit Marek Janowski. Ja, und ich habe auch diese Schallplatten mit dem Tomana-Chor. Die vielen, da habe ich auch da aufgenommen. Und es war so berührend. Also wenn ich dann runterkam, zum Beispiel nach dem Liederabend, da waren ganz viele wirklich junge Leute. Ja, das hat mich so gefreut, weil ich immer so missionarisch denke bei der Jugend, dass die das auch irgendwann mitkriegen und erfassen, was für ein Wert darin liegt, ja. Die Gedichte und die Lieder zu hören und aufzunehmen, ja. Also jedenfalls kam ich da runter, die Treppe runter. Sie kommen doch wieder, Sie kommen doch wieder. Ja, das war für mich so berührend. Angelehnt an die Efeuwand Dieser alten Terrasse Du, eine luftgeborene Muse Geheimnisvolles Seitenspiel Fang an, fange wieder an dich so berührend. Ja, das war für mich so berührend. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Sie haben die Sendung SWR 2 zur Person eingeschaltet und zu Gast ist in dieser Sendung heute Orthrun Wenkel. Das Lied, haben Sie gesagt, ist von Anfang an schon Ihr Begleiter gewesen, aus dem Elternhaus in Thüringen schon, in Jena, wo Sie aufgewachsen sind. Dann sind Sie nach Weimar gegangen, dann ist Ihr Vater mit der ganzen Familie in den Westen gegangen. Leider schon, also wir Kinder wollten da eigentlich... Wollten nicht weg? Nein, wir hatten da unsere Freunde und ich war in dem Studium so gut angekommen und das war nicht so gut. Aber wir hatten ja dann nichts. Ja, wir hatten nichts. Wir haben alle stehen und liegen gelassen. Wir hatten keinen Tisch Weihnachten und sowas alles. Was war Ihre erste Station? Frankenberg an der Eder. Konnten Sie denn gleich, also im Anschluss an Weimar, Musikhochschule Franz Liszt, nach Frankfurt an die Musikhochschule gehen oder mussten Sie noch warten? Ja, ich habe den Professor vorgesungen, da habe ich einfach dort angerufen, weil ich gehört hatte, er ist da überhaupt die Persönlichkeit. Jedenfalls hat die Sekretärin gesagt in der Direktion, der Professor Lohmann, der ist ins Kino gegangen und zwar im Turmkino. Da bin ich dann hingegangen und zwar das doppelte Lottchen hat er da gesehen. Er war ein wunderbarer Mann, also mit so einem feinen Humor. Passend dazu Kinderstube von Modest Mussorgsky? Diese Kinderstube, die habe ich sehr oft gesungen und zwar auch in Zürich in der Oper bei meinem Liederabend und in Genf. Also das habe ich immer als Kontrastmittel gesehen, dass man auch neben den Wesendonkliedern eben auch diese Kinderstube singen kann. Und ich habe die aber immer in der Sopranausgabe, in der Originalausgabe habe ich das gesungen und das ist so ganz schön hoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik Siehst du, noch was, schon gut, schon gut, schon gut. Kinderstube von Modeste Mussorgsky, Volkmar Vogt, der Begleiter am Klavier. Das ist eben aus dem Liederamt im Markgräflichen Opernhaus in Bayreuth. 30. Juli 1981. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Sie lieben es nicht, sozusagen eine Studioschnipselarbeit zu machen. Nein, nein, nie. Wenn, dann muss es möglichst ganz ohne. Ich habe also meine ganzen Aufnahmen, auch Evangelimann und was ich aufgenommen habe als Schallplatte, Dworak, immer ohne Schnitte gemacht. Und auch die dritte Mahler, das war ja wichtig, dass da auch das ganze Orchester geklopft hat. Und Tenstadt hat gesagt, wir haben es. Ja, es kommt sozusagen auf den Moment an. Und diese Verbesserungen, das ist alles. Man muss das auch so können. Und man kommt auch nur so weit mit diesem Beruf, wenn man das kann. Wenn man immer in einer bestimmten guten Qualität das macht. Ich werde oft gefragt, ja, wie bist du zu diesem Tamre gekommen? Das ist alles die Entwicklungszeit, die sich da niederschlägt. Und so muss jeder unverwechselbar sein. Und das kann man nur sein, wenn man sich nicht andere anhört, ja. Jetzt, heutzutage werden oft die Sänger imitiert, ja, von den jungen Leuten. Mich hat auch meine Schülerin gefragt, wie hast du denn diese Lautstärke bekommen? Ich nehme an, dass es durch diese Kontinuität des Übens in der Kopfstimme, dass man also ganz leise Töne summt. Mein Professor hat auch immer zu mir gesagt, wenn du in der Straßenbahn sitzt, summe immer. Wir haben jetzt Camille Saint-Saëns, die Arie der Dalila aus dem zweiten Akt. Und zwar eine Aufnahme mit dem Rundfunkorchester Kaiserslautern unter der Leitung von Emmerich Smola vom 6. November 1984 aus dem damals wohl frisch renovierten Saalbau in Neustadt an der Weinstraße. Das war mit zu dieser Einführungszeit. Das war mit dem Rundfunkorchester Kaiserslautern unter der Leitung von Emmerich Smola Das war mit dem Rundfunkorchester Kaiserslautern unter der Leitung von Emmerich Smola Das war mit dem Rundfunkorchester Kaiserslautern unter der Leitung von Emmerich Smola Das war mit dem Rundfunkorchester Kaiserslautern unter der Leitung von Emmerich Smola Das war mit dem Rundfunkorchester Kaiserslautern unter der Leitung von Emmerich Smola Das war mit Rundfunkorchester Kaiserslautern unter der Leitung von Emmerich Smola Das war mit Rundfunkorchester Kaiserslautern unter der Leitung von Emmerich Smola Das war mit dem Rundfunkorchester Kaiserslautern unter der Leitung von Emmerich Smola Von der Spätromantik nun zum Frühbarock Claudio Monteverdi Noch vor dem Boom der historischen Aufführungspraxis haben sie sich mit diesem Komponisten beschäftigt Etwas später erst haben sie mit den großen Figuren dieser historischen Aufführungspraxis zusammengearbeitet Sie haben Aufnahmen und Aufführungen mit Nicolas Harnoncourt und dem Consentus Musicus gemacht Und sie haben auch mit John Elliot Gardiner zusammengearbeitet Und jetzt das Lamento der Ariana in einer Fassung von Kurt Redel Die das quasi für mich gemacht hat Mit dem Münchner Kammerorchester Das war meine erste Schallplatte und das haben wir abends ganz spät abends immer in einer kleinen Kirche aufgenommen Aber Harnoncourt auf der anderen Seite, der ja das Buch auch über die Klangrede geschrieben hat Faszinierend, die Idee und auch dieses ganze Tun um den Monteverdi Das war wirklich fantastisch Und da war es so, da brauchte man nur den Mund aufzumachen Weil das so professionell war Die Zürcher Monteverdi-Aufführungen durch Harnoncourt sind ja auch legendär War denn diese Begegnung mit diesen Instrumenten, die es ja in den normalen Orchestern nicht gab Die Bläser vor allem Also vom Zinken bis zu den lauten Histen War das für Sie ein Erlebnis? Ja, ganz neues Klangerlebnis, das stimmt schon Ja, und das passte da auch so hin Es war so, alles so Und auch die Inszenierung von Pornel Ja, großer Bühnenbildner Ja, Pornel Und auch die Kostüme von Petalmen, die passen dann auch da so rein Als ich da anfing, diesen Monteverdi, ich glaube das war 1977 Ich habe da auch dann den Ring in Genf gesungen, zu derselben Zeit Das war alles sehr eng, sehr, sehr eng Gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine diese Kritik nicht negativ Und bei dem Redel kommt mir schon einiges Das ist alles doch eher altmodisch Redel war ein berühmter Flötist Der war, glaube ich, auch bei den Münchner Philharmonikern Und hat das Festival den Park geleitet Das ist alles doch sehr, 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 sehr insectisiert Das ist alles doch sehr, 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 sehr Und ich will, dass ich mich fort bin, in so viel Glück, in so großartig, in so großartig, in so vielmehr, dass ich mich fort bin, in so großartig ist. Ich will, dass ich mich fort bin. Ich will, dass ich mich fort bin. Diese Aufnahme, das muss gewesen sein, als ich in München anfing, 76 oder so. Also eine Aufnahme in die Frühzeit, sage ich mal, der Beschäftigung mit Monteverdi. Hier haben wir eben eine Klage gehört und jetzt geht es mit Klagen weiter. Kindertotenlieder. Gustav Mahler, überhaupt ein ganz wichtiger Komponist für Sie. Und Sie wurden auch, vollkommen zu Recht, als Maler, Interpretin gerühmt. Von Anfang an, ja. Von Anfang an. Wollen wir die Nummer zwei, nun sehe ich wohl, warum so dunkle Flammen von Friedrich Rückert ist der Text. Wollen wir das hören? Ja. Das ist eine Aufnahme mit Armin Jordan und dem Orchestre Chambre de Lausanne. Ja. Ein Mitschnitt des Schweizer Radios. Ja. Das ist eine Aufnahme mit Armin Jordan. Das ist eine Aufnahme mit Armin Jordan. Musik 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 Aus den Kindertotenliedern, die in Ortrund Wenkel war zu hören mit dem Orchestre Chambre de Lausanne, Leitung Armin Jordan. Also die Kindertotenliedern von Rückert, da weiß man ja auch, wie die entstanden sind. Dem sind die Kinder weggestorben, nicht? Und die sind so fantastisch geschrieben und die haben mich oft begleitet. Ich habe die auch in Paris mit Leinsdorf gesündet. Ja, Erich Leinsdorf, auch ein Dirigent, mit dem Sie mehrfach auch zusammengearbeitet haben. Ja, aber das war in Paris, das war quasi ein Einsprung für Fischer Dieskau. Jetzt kommen wir zu Richard Wagner zurück. Aus den Wesendongliedern, die Träume. Mit den Wesendongliedern haben wir nachher noch eine Fortsetzung. Also dieser Liederabend in der Semperoper in Dresden. Am 1. Oktober 1986. Weltmusiktag, noch DDR. Das sind genau auf den Tag 31 Jahre. Und Sie haben einen Liedbegleiter, Janni Renz. Ich hatte mit dem Janni auch zwischendurch, der hatte so ein kleines Festival in Santa Maria, in Iseo. Da gibt es auch eine Aufnahme. Aber die hat dann eben zum Schluss den Klavierdeckel laut runtergekloppt. Es gab so starken Beifall, dass das Publikum immer mehr wollte. Ja. Also das war schon die dritte Zugabe. Und dann kamen die Träume. Und dann kam eben noch eins. Die haben einfach keine Ruhe gelassen. Und es war so getrampelt und gerufen und alles. Dann habe ich noch am Schluss, es war, als hätte der Himmel die Erde stehen gekürzt. Von Schumann, ja, Eichendorff. Und das ist ein Pianolied. Und die Semperoper hat auch eine Akustik. Das ist also fabelhaft. Ja, da kann man jeden kleinen Ton, den man gut singt, kann man auch hören. Und da ist ja dann auch noch später, wie ich dort Jenover gesungen habe, also nicht die Jenover, sondern die Buria. Ja, da ist eine Sängerin gekommen zu mir, die da mitgemacht hat bei dem Janacek. Der Liederabend. Und wie sie dann noch die Mondnacht gesungen haben, nach diesem langen, schweren Liederabend. Das Pianolied, das war einfach. Das ist auch schön gewesen für mich. Also das war so. Also man hat sie geliebt. Dieser Liederabend, der war für die Leute wahnsinnig. Und für mich auch. Für mich auch, wie ich dann gesungen habe, als erster Zug, aber aus der Heimat hinter den Blitzenrot, da kommen die Wolken her. Aber Vater und Mutter sind lange tot. Es kennt mich dort keiner mehr. Wie bald, ach wie bald, kommt die stille Zeit, da ruhe ich auch. Und ich hätte fast geweint. Da muss man sich sehr beherrschen. Und es sind ja eigentlich diese Dresdner, die kannten mich natürlich viele, sonst wäre das nicht voll gewesen, viele von dem Ring, den wir dort konzertalnd aufgeführt haben. Das war auch eine Sensation. Wer hatte da dirigiert? Janowski. Janowski. Das war vor den Platten. Janowski. Musik 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 Jetzt haben wir eben die dritte Zugabe gehört des Liederabends in der Semperoper in Dresden. Träume aus den Wesendong-Liedern von Richard Wagner, die Nummer 5. Und jetzt gehen wir zurück zur Nummer 3 und das hat eine besondere Bewandtnis, weil nämlich Hans-Werner Hänsel, der große Komponist Hans-Werner Hänsel, hat die Wesendong-Lieder für Stimme und Kammerorchester geschrieben. Er hat sie für Altstimme und Kammerorchester für Sie angefertigt. Ja, hat mich gefragt, wie tief soll ich es denn schreiben? Und was haben Sie gesagt? Da habe ich gesagt, eine kleine Terztiefer, aber um nicht, ich habe gar nicht groß überlegt. Also eigentlich für Mezzo-Supran geschrieben und dann hat Hänsel das für Altstimme transponiert. Und das ist für die meisten, die sich Alt nennen und es nicht sind, ist es sowieso zu tief. Die Uraufführung war in Köln, die haben Sie natürlich gemacht. Hans-Werner Hänsel hat dirigiert, seine Bearbeitung und wir hören daraus im Treibhaus. Ich würde noch dazu sagen, dass eben die Träume und das Treibhaus, dass die die Vorstudien, die zwei Vorstudien für den Tristan waren. Und das hört man ganz besonders bei diesem Lied. Und das hört man ganz besonders bei diesem Lied. Und das hört man ganz besonders bei diesem Lied. Und das hört man ganz besonders bei diesem Lied. Die Zweige 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 Musik bin ich eigentlich gekommen durch den jungen ja, der war Student in der Hochschule in Frankfurt Rolf Riem ja, ich halte den für einen sehr guten Musiker und der hat mich gefragt der hat gesagt, also ich kann eigentlich nur dich fragen, hier an der Hochschule würdest du mal Lieder von mir uraufführen und zwar waren das wunderbare Text, ja, da bin ich sofort bin ich da drauf gesprungen also da habe ich die Musik noch gar nicht gehört, da habe ich erstmal die Texte von Henri Beck, das ist der Lorca Übersetzer übrigens und der hat auch Bernhard Abershaus übersetzt das war eigentlich gut das hat mir gefallen es hat mir gleich Spaß gemacht, weil das völlig anders war alles, als diese Lieder die ich da oft gesungen habe und die Oratorien Was jetzt noch fehlt, das ist auf jeden Fall Johannes Brahms Ja Also Brahms hat ja die tiefen Streicher geliebt und die tiefen also Alt-Rhapsodie zum Beispiel haben sie sich ja auch mehrfach gesungen aufgenommen Jetzt haben wir ein Lied von Johannes Brahms Bei dir sind meine Gedanken und Friedrich Halm ist der Dichter Bei dir sind meine Gedanken und floten, floten um dich her sie sagen sie hätten heimlich hier liebt es sie nicht mehr hier liebt es sie nicht mehr Bei dir sind meine Gedanken und alle von dir von dir nicht fand sie sagen das wäre auf irge ihr allerschönste Ort ihr allerschönste Ort sie sagen oh lösbar bitte dein Zauber sie festgebracht sie hätten an deinen Blick Ort und Wenkel nach Brahms Lied schaffen Worüber wir überhaupt nicht gesprochen haben das ist das Thema Unterricht Ja Sie wollten nie Professorin werden für Gesang Nein weil ich einfach erstens mal ich wollte einfach nicht neben meinem Beruf immer wieder denken müssen ah jetzt muss ich da noch und da noch unterrichten und da noch und dass die vielleicht dahin kommen wo ich singe ja da waren in Italien auch immer mal von anderen Sängern die Schüler gekommen nein das würde mich zerreißen also ich habe mich viel zu ernsthaft mit meinem Beruf befasst aber das Unterrichten habe ich auch gekonnt Frau Wenkel Sie sind das habe ich ja schon gesagt verheiratet mit einem berühmten Geologen der auch immer sehr viel in der Natur sich aufhält und ich weiß dass Sie auch sehr gerne die Natur haben und der Natur sehr verbunden sind und Sie haben gefiederte Freunde die Ihnen sehr nahe sind ja das sind die Singvögel wir leben eigentlich mit den Vögeln wir füttern auch durch weil es fehlen eigentlich so viele es gibt durch die viele starke Düngung und durch so weiter Spritzmittel ja da sind ach da leide ich da leide ich richtig und ich eines Tages konnte ich das einfach also den Buch Sie sprechen mit den oder singen mit den oder pfeifen diese Melodie nein das ist nicht richtiges pfeifen das ist so das ist der Buchfink und dann die kleine Blaumeise die singt so die macht so und das Rotkehlchen macht auch so ähnlich ja und die kommen dann auch an die kommen auch ja weil ich ja auch füttere ja Sie rufen auch den Specht ja aber da rufe ich immer nur Specht ja hören die Ihnen denn auch zu nicht nur Vogel aber wenn Sie singen haben Sie auch schon einen Vogel haben Sie mal einen Vogel dressiert nein es war einmal ist es mir gelungen dass ich also den Wahlkürenritt immer gepiffen habe wenn ich rausgekommen bin ja und eines Tages ich hatte wirklich musikalischen Besuch und habe das erzählt von dieser Amsel die Amseln die sind ja ganz gelehrig man muss es nur ein bisschen penetrant versuchen ja man muss es darf es nicht vernachlässigen und da hatte ich gerade mal Zeit das war letztes Jahr und da habe ich also eben den Wahlkürenritt gepfiffen und plötzlich hat die Amsel das auch gemacht das ist eine wunderbare Geschichte und das war so das war so für mich so toll ja also die haben richtig gestaunt diese Leute Ort und Wenkel wir beschließen die Sendung die ein Porträt von Ihnen sein will sein will ja sein will mehr können wir nicht mehr können wir jetzt nicht ein einstündig 55-minütiges Porträt ist es wir hätten noch viele Aufnahmen gehabt die Sendung hätte vierfache Zeit benötigt aber wir haben jetzt doch einen Bogen geschlagen und versuchen diesen Bogen abzurunden mit einer Aufnahme aus dem Ring den sie mit Marek Janowski und der Staatskapelle Dresden gemacht haben und da hören wir sie als Wahltraute in der Götterdämmerung das ist der erste Akt Siegfried ist gerade den Rhein hinunter geschippert ach ist gut dass Sie das so erklären das ist schön und dann ist eben Brünnhilde da und dann geht sie auf den Felsen zu Brünnhilde und versucht alles um ihr zu signalisieren dass sie den Ring abgeben soll den Rheintöchtern weil sonst alles zugrunde geht zu Gast in der heutigen Sendung war Ortrund Wenkel die Wagner Sängerin des 20. Jahrhunderts zumindest was die tiefen Partien anbelangt das auf jeden Fall im Jahrhundertring von Pierre Boulez und Patrice Chereau standen sie vier Jahre in Bayreuth unter Savalisch haben sie es gesungen unter Janowski und wir hören jetzt eben diese Aufnahmen zum Abschluss das Alphabet der Dirigenten der Klavierbegleiter der Orchester der Regisseure und auch das Alphabet der Komponisten ist lang wir haben gesehen von Monteverdi bis hin zu Aribert Reimann Hans-Werner Henze alle großen Partien haben sie gesungen und ich bedanke mich herzlich dass sie diese Aufnahmen mitgebracht haben ich bedanke mich auch was ich dir sage seite von dir geschieden verschlacht nicht mehr schickte uns Woten ihr und ratlos ritt wir ängstlich zu her Der Christen, der mir heim, in der Nacht, wie der seinen Spirers splittert, die hatte ein Held hingeschlagen. Der Christen, der mir heim, in der Nacht, wie der seine Spirer ist. Der Christen, der mir heim, in der Nacht, wie der seine Spirer ist. Der Christen, der mir heim, in der Nacht, wie der seine Spirer ist. Der Christen, der mir heim, in der Nacht, wie der seine Spirer ist. Der Christen, der mir heim, in der Nacht, wie der seine Spirer ist. Ein Auszug aus der Erzählung der Wahltraute aus Richard Wagners Götterdämmerung. Höre mit Sinn, was ich dir sage. Ortrun Wenkel und die Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Marek Janowski waren zu hören. Auch dies leider nur ein Ausschnitt aus dem großen Repertoire dieser großen Altistin und Mezzosopranistin, die zu den bedeutendsten Opern- und Konzertsängerinnen ihrer Stimmlage im 20. Jahrhundert zählt. Und übrigens bis vor kurzem noch auf den Bühnenstand in Heidelberg und Saarbrücken etwa. Das war die Sendung SWR 2 zur Person, Ortrun Wenkel. Am Mikrofon verabschiedet sich Burkhard Eckdorf und bedankt sich fürs Zuhören. Gleich folgen hier die Nachrichten und dann Literaturneuerscheinungen. Das Magazin Lesenswert mit Katharina Borchardt.